Einen wunderschönen Jüpiter zurück zu Jurassic World Evolution. Erstmal schnell die Fallen. Einverstanden. Dann mein Hündchen rauslassen. Was hier wieder rummacht hat. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Ja. Ich weiß jetzt absolut nicht mehr, was ich hier machen wollte. Wo ich hier stecken will, weil das viel zu lange her ist auf gut Deutsch. M M M M M. Und jetzt sind wir dran. Ich werde die Turnquat mit einem hier nehmen. Den kann ich extraieren. Den kann ich extraieren. Und... Bisschen Geld haben wir, Fastfood-Restaurant, nehmen wir Dino-Speise, nehmen wir mal. So, was haben wir hier? Was haben wir hier denn gelacht? Du? Nee. Gott, keine Ahnung. So, jetzt hätten wir hier schon mal ein neues lebensfähiges Geonom, von dem die Lofosaurus. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Die Lofosaurus kriegt auch definitiv sein Gehege. Ja, das war schon mit Entwicklungsgehege. Dann machen wir erstmal schwerer Stahl. Das dauert jetzt genau drei Minuten, bis wir Scheren Stahl fertig haben. Wir wechseln in der Zeit einfach mal auf die zweite Insel. Was wichtig ist, was ich mir mal so ein bisschen angeguckt habe, ist, um den Indominus Rex zu produzieren, benötigen wir 100% die DNA von dem Velociraptor und 100% vom T-Rex. Den T-Rex bekommen wir aber erst auf der dritten Insel. Das heißt, wir müssten drei Sterne, wenn ich mich jetzt nicht ganz verlesen habe, drei Sterne auf der zweiten Insel machen, damit wir die dritte Insel freischalten. Erreichen die Einnahmen pro Minute von 150.000. Ich muss hier mal gucken. Hier haben wir ja nämlich nicht so viel Geld. Ich muss hier natürlich wirklich gucken, wie man macht. Da sind doch nicht so... Trägt mich einfach hier los. Die Insel. Ich muss mal gucken. Okay, bis hier hinten geht das. Ich weiß, dass da kein Strom ist. Was municipality ist, wie verstehst du? Ja, das ist auch nicht. Ich weiß, es könnte nicht auch schon wieder anstrengen. wir werden hier auch gleich den weg herbauen wir machen auf der insel ja auch schon mal gewinnt und das ist auch schon mal was alles gut man schafft wir werden hier ein entspannwerk bauen und noch ein kraftwerken setzen Was ist denn? Restorating. so dass wir hier erst mal das Geld weiterhin behalten okay wir hätten einen Ceratosaurus den lassen wir hier natürlich hier liegen Wasser und trinken genau hier werden wir jetzt noch für die Lofo ein bisschen was machen aber wir müssen jetzt erstmal die Tiere heilen Farmvergiftung zur Heilung benötigt ranger kümmere mich um Reparatur wir gehen mal wieder auf die erste Insel damit wir ganz zügig ähm neue Forschung machen die Heilung für die Dinos die werden wir dann gleich noch starten und dann ist auch dieser Let's Play Teil fertig und wie gesagt T-Rex kommt er kommt definitiv da braucht ihr euch keine Sorgen machen und der Indominus kommt natürlich auch aber wie gesagt dazu brauchen wir die Medizin Farnversichtung und Cambylobacter Bakterien was sind wir heute? ach ja die Bahn könnten wir bauen wir schicken jetzt aber erstmal das Telefonsteam los da wären jetzt noch unsere beiden ach ne das war ich denn hier zack zack was wir jetzt machen wir haben beim nächsten Mal wir haben Zeit also bis zum nächsten Mal tschau tschau